hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge insert coin immer noch aus dem home office wobei home office bei mir heute heißt dass wir direkt aus meinem garten senden und ich stehe hier auf meinem lieblings stein den habe ich von meinen nachbarn geschenkt bekommen die haben da diesen wunderbaren schnauzbart eingraviert finde ich echt absolut top und ja ist echt ein sehr sehr geiles geschenk gewesen war auch eine geile feier dazu aber das ist eine geschichte für eine andere zeit ja insert coin corona krise macht uns allen zu schaffen auch in der videospielbranche immer noch und das merkt man auch zum beispiel daran dass jetzt die quakecon abgesagt wurde die sollte ja eigentlich erst am sechsten bis zum neunten august stattfinden tja und die haben sie jetzt auch gecancelt und eigentlich ist das ja noch ein ganz schönes stück hin da frage ich mich natürlich wie sieht es mit der gamescom aus in köln wird die noch stattfinden bis jetzt wird an den plänen noch festgehalten dass die kommen soll aber ich glaube das wird auch relativ schnell gehen dass die dann auch abgesagt wird kommen jetzt mal zu den themen unserer woche das filet stück der woche resident evil 3 hat einen remake erhalten und das haben wir für euch durchgezockt den singleplayer als auch den multiplayer modus dann apropos durchgezockt da habe ich ein spiel namens control gespielt und zwar den neuen dlc namens foundation ziemlich cool aber auch nicht ganz federfrei dann im first look predator hunting grounds der 80er jahre klassiker kehrt zurück allerdings ohne armi und als multiplayer spiel und dann gibt es noch ein bisschen virtual reality mit paper beasts ein wirklich sehr sehr abgefahrenes ding dass man sich mal reinziehen sollte doch ja wir legen jetzt natürlich los gleich mit dem dicken filetstück überspringen die vorspeise und jetzt gibt's resident evil 3 das remake ein spiel auf das viele fans lange gewartet haben als resident evil 3 nemesis in deutschland rauskam bekamen wir eine ziemlich zerstückelte version rauch statt blut und dazu zombies die sich nach dem ableben blinkend in luft auflösen darum hat niemand ein ordentliches resident evil 3 remake mehr verdient als wir und jetzt ist es endlich da im spiel steuert man die polizistin jill valentine beim versuch aus der von zombies überschwemmten stadt raccoon city zu entkommen und trifft unterwegs mitglieder einer sondereinheit die überlebende per u-bahn aus der stadt bringen möchte da ihr der koloss nemesis stetig an die wäsche will weil er dem auftrag folgt alle mitglieder der stars sondereinheit zu beseitigen muss sie einige unangenehme umwege im kauf nehmen bevor sie dem weltuntergangsszenario entkommt wo die neuauflage von resident evil 2 zwar die perspektive zugunsten der echtzeit grafik veränderte ansonsten jedoch pedantisch am roten faden der vorlage klebte erlauben sich die macher der jüngsten episode viele freiheiten obwohl einige markante schauplätze des originals weiterhin vorhanden sind fehlt doch mehr als man zuerst vermuten würde glücklicherweise auch einige lästige backtracking orgien die herausgeschnitten wurden capcom nahm eine ordentliche straffung an manchen stellen vor und fügte an anderen neue szenarien hinzu um die stadt besonders hervorzuheben neon schilder von restaurants blaulicht von umgestürzten polizeifahrzeugen schummriger schein von beschädigten straßenlaternen raccoon city ist bei nachterstaunlich farbenfroh ohne seinen schrecken zu verlieren das blanke chaos herrscht zombies gurgeln und ächzen überall wege sind durch feuer und eingestürztes gerümpel versperrt obwohl das stadtbild offenes chaos suggeriert fühlt es sich doch verdammt beklemmend und eng an da kommt ein unverhofft auftretender zombie fleischklopps wie nemesis denkbar ungelegen auch wenn er nicht mehr so spontan präsentiert wird wie anno dazu mal arenenduelle gibt es so gut wie gar nicht mehr trotzdem bleibt nemesis der dauerschreck dessen atem man stetig im nacken zu spüren glaubt jills beste waffe gegen seine präsenz ist ein ausfallschritt den sie auf knopfdruck ausführt er hilft beim abrollen beim abstand gewinnen und bei der flucht in das nächstbeste gebäude in dem man zumindest für kurze zeit sicherheit genießt weglaufen statt kämpfen geskriptete intermezi überstehen statt ausdauer beweisen nemesis verliert dadurch zwar nichts von seiner bedrohlichkeit aber eine menge vom respekt den man ihn noch im original sollte er war der mittelboss für den man immer ein wenig munition oder heilung aufbewahrte nun ist er über weite strecken des spiels nur noch ein bewegliches hindernis vielleicht ist das der grund warum capcom den untertitel nemesis gestrichen hat das resident evil 3 remake fühlt sich durch seine änderungen dynamischer und moderner an sowohl im vergleich mit dem original als auch im vergleich mit dem remake von resident evil 2 ob das allen fans der rei gefällt steht auf einem anderen blatt zumal das spielgeschehen erheblich action orientierter ausfällt als beim vorgänger es gibt weniger rätsel zu lösen weniger schlüssel suche samt der damit verbundenen orientierungsnot und weniger munitionshortung der gruselfaktor wird mehr durch die masse an untoten aufrecht erhalten als durch ungewissheit je höher der schwierigkeitsgrad desto einschneidender ist jeder fehltritt im höchsten niveau verteilt das spiel sogar alle gegenstände zufällig so dass man nicht einfach die wichtigsten schauplätze abklappern und durchrennen kann die späteren schwenks zur sekundären spielfigur carlos wirken sogar ungewohnt spendabel fünf minuten sorglos mit einem sturmgewehr zombies über den haufen ballern das gab es in dieser intensität nicht einmal in teil vier oder fünf der gruselige spannung sucht wird beim remake von teil zwei jedenfalls besser bedient und langfristiger noch dazu von der widerspielbarkeit mit mehreren charakteren und dem new game plus des vorgängers fehlt nämlich jede spur neu ist auch das multiplayer spiel resistance das ihr mit resi 3 bekommt in resistance dürft ihr euch mit drei weiteren freunden per online verbindung zu einem team von vier sogenannten überlebenden zusammenschließen mit dem ziel aus einer mit zombies überschwemmten umgebung zu finden sechs rollenspiel typische klassen mit diversen talenten stehen vor spielstart zur wahl darunter ein tank eine heilungsspezialistin eine damage dealerin eine hackerin und eine klasse die herumliegende gegenstände auf knopfdruck aufspüren kann in einer gruppe darf allerdings jede klasse nur einmal vorkommen die vier sollen innerhalb eines straffen zeitlimits drei große areale durchstreifen die zu einem ausgang führen die rolle des bösewichts hier mastermind genannt übernimmt ein fünfter spieler in der online-sitzung er bleibt im verborgenen und beobachtet den fluchtversuch der truppe über diverse überwachungskameras da er das experiment steuert darf der mastermind nach gut dünken zombies und trittfallen verteilen welche die überlebenden von der lösung kleiner puzzles und dem finden von schlüsseln abhalten sollen dabei darf er auch geschütze aktivieren oder kurzzeitig in die haut eines untoten schlüpfen um ihn direkt zu steuern je mehr schaden der mastermind anrichtet desto heftigere gegner kann er verteilen darunter etwa gepanzerte elite kämpfer oder eine reinkarnation des tyrant mr x die starke bevorteilung des masterminds erschwert die flucht der überlebenden erheblich womöglich muss capcom noch ein wenig an der balance zwischen den parteien arbeiten andererseits motiviert der hohe schwierigkeitsgrad zu höchstleistungen und zum ansparen von erfahrungspunkten mit denen man für kommende runden zusätzliche ausrüstung und talente erwirtschaftet wer bares geld in die waagschale legt kann sich booster kaufen die die ausbeute erhöhen aber in jeder sitzung manuell aktiviert werden müssen für den mastermind bestehen ebenfalls aufstiegsmöglichkeiten vier schurken die unterschiedliche fallen und untote beschwören können lassen sich durch levelaufstiege freischalten resident evil 3 ist ein atemberaubendes action spektakel mit toller präsentation klasse hdr kontraste hervorragende performance durchgehende adrenalin schübe was könnte man mehr verlangen außer vielleicht ein paar knackigere rätsel zugunsten der abwechslung wer auf die umgebung achtet erfreut sich obendrein an viel liebe zum detail wer mit einer anschaffung von resident evil 3 remake liebäugelt muss sich jedoch vor augen führen dass es sich durch seine herangehensweise grundsätzlich vom vorgänger unterscheidet es geht mehr um die action als um grusel und adventure das dürfte fans der reihe kaum überraschen entspricht das doch den verhältnissen der originale von vor 20 jahren auch damals waren adventure freunde mit hang zum grusel mit dem zweiten teil besser beraten während alle die nach mehr action suchten den dritten bevorzugten vom resistance genannten multiplayer teil sind wir hingegen noch nicht hundertprozentig überzeugt da ihm noch die rechte balance fehlt hier muss capcom noch etwas feinschliff betreiben kleiner hinweis noch zu resident evil 3 dem remake die zockzeit ist gar nicht mal so lang die single player kampagne hat man so in ungefähr fünf bis sechs stunden durch und dann wie gesagt gibt es nicht gerade so viel widerspiel wert also muss man sich gut überlegen ob sich das für einen lohnt es ist halt auch alles ein bisschen action orientierter als der zweite teil aber wie gesagt das wusste man ja im endeffekt das war ja damals beim original auch so resident evil 3 das remake hat ja wirklich fantastische optik und das bringt mich auch gleich zum nächsten titel control denn das hat auch richtig richtig gute grafik zumindest mir gefällt das wahnsinnig gut eine stilvolle präsentation durch und durch und das hat jetzt einen ersten dlc bekommen mit der foundation ich habe mir diesen mal zu gemüte geführt und sagt euch ob der sich als control fan lohnt control war eine der großen überraschungen für mich letztes jahr lange zeit ließ mich remedies neues action spiel ziemlich kalt als ich es dann aber auf der letzten e3 anzocken konnte war ich feuer und flamme das gunplay in zusammenspiel mit den übernatürlichen fähigkeiten die atmo die mich an serien wie fringe erinnert und das originell eigenartige setting trafen bei mir voll ins schwarze jetzt gibt es mit der foundation den ersten story dlc für control der den spieler in ein neues areal schickt einerseits ist das gut auf der anderen seite gibt es aber doch nicht so viel neues die foundation fängt im endeffekt da an wo das hauptspiel aufhört ihr müsst also das hauptspiel beendet haben um den neuen inhalt überhaupt spielen zu können ebenso stehen euch für den dlc alle fähigkeiten zur verfügung die ihr bereits freigeschaltet habt jesse faden ist jetzt die chefin des federal bureau of control und schon wartet die erste herausforderung auf sie über den steinbruch kommt ihr zu einer ziemlich langen und düsteren seilbahn die euch zum fundament des ältesten hauses bringt die astral ebene bricht immer mehr durch und verschmilzt mit unserer welt genau das müssen wir verhindern da sonst das fbc zerstört wird wer control länger schon nicht mehr gespielt hat mag sich etwas orientierungslos fühlen zum glück spricht die protagonistin relativ am anfang des dlcs selbst aus was nun zu tun ist okay let's review this broken pillar is called the nail it was broken by something and now the astral plane is bleeding into the foundation which will destroy the oldest house the bureau and everyone inside i need to find four locks or keys or whatever to stop that from happening but i'm the director i've handled worse this should be simple ish mit einer der größten neuerungen ist das areal wo das spiel stattfindet zu den kalten büroräumen kommt jetzt ein höhlensystem mit rotem sandboden eventuell sind die macher große less jedi fans zusätzlich dazu entscheidet ihr euch am anfang für eine von zwei fähigkeiten ihr könnt entweder kristalle an bestimmten punkten erschaffen oder sie zerstören keine sorge die zweite kraft werdet ihr später auch noch bekommen ich entschied mich aber erst mal für das erschaffen der kristalle diese kraft nutzt man dann um plattformen zu generieren aber auch im kampf hier könnt ihr dann kristallstachel aus dem boden schnellen lassen control spielt sich abermals ziemlich klasse das gunplay mit den kräften ist nach wie vor eine wonne in sachen atmosphäre und präsentation ist remedy wieder mal unglaublich zielsicher klar es gibt spiele die technisch mehr beeindrucken aber für mich ist dieser düstere stringente stil herausragend das größte problem welches ich mit dem titel habe ist dass es halt einfach nur mehr vom selben ist selten hat die floskel fans greifen zu besser gepasst ja das ein oder andere lose ende wird erklärt aber die circa sechs stunden die man mit dem dlc verbringen kann liefern wirklich wenige frische impulse das ist auch vollkommen okay für eine erweiterung man sollte halt bloß nicht erwarten dass die foundation komplett aus dem rahmen ausbricht oder sonderlich originell ist also fünf bis sechs stunden spielzeit kriegt er bei diesem dlc das ist ungefähr so viel wie hier bei resident evil 3 den remake bekommt aber es ist halt in dem sinne einfach more of the same das mag so manchem nicht reichen kommen wir jetzt zu einem kleinen exkurs in die achtziger jahre da gab es ja actionfilme noch und nöcher und mit die besten davon wurden von arnie gemacht mit einer meiner lieblingsfilme ist ja predator und da kommt jetzt endlich mal ein neues spiel das wird aber keine singleplayer kampagne haben sondern ein reines multiplayer spiel werden predator hunting grounds und eigentlich soll das erst noch im april erscheinen irgendwann später es gab jetzt aber vor kurzem ein beta wochenende oder ein test wochenende wo man das spiel eben anzocken konnte ich habe das mal getan habe auf seiten der soldaten als auch des predators gespielt und zeig euch mal meine eindrücke davon jeder der auf actionfilme steht steht in der regel auch auf arnold schwarzenegger die steirische eiche hat in den achtzigern und neunzigern einen actionhit nach dem anderen rausgehauen zwei der bekanntesten dürften terminator und predator sein schon irgendwie witzig dass gerade diese beiden jetzt wieder als videospiel auftauchen wenn auch ohne arnie zuerst kam terminator resistance welches zwar gerade mal durchschnittlich ist aber dennoch fans freude bereiten kann jetzt sieht der predator mit predator hunting grounds nach bevor das multiplayer spiel ende april rauskommt gab es ein beta wochenende bei dem ich mich in den dschungel gestürzt habe was terminator als auch das neue predator spiel eint ist dass sie stilistisch an die alten filme anknüpfen bei predator fällt gleich auf dass hier die original musik des ersten films aus den lautsprechern tönt alleine das erzeugt bei mir einen schönen nostalgie flash aber letztendlich passt das auch zum spiel predator hunting grounds ist nämlich tatsächlich recht nah an der vorlage vier menschliche spieler müssen im dschungel als soldaten diverse guerilla camps aushebeln oder sabotieren und dann mit einem heli abhauen währenddessen versucht ein fünfter mitstreiter als predator sein glück dessen ziel wiederum ist es die vier soldaten auf der map aufzuspüren zu jagen und zu erlegen bevor sie abgeholt werden ein typisches asymmetrisches multiplayer spiel im stile von die wolf oder eben auch friday the 13th letzteres wurde übrigens vom gleichen entwickler gemacht der nun eben predator hunting grounds auf den bildschirm bringt das team hat also schon erfahrung mit diesem genre als soldat erlebt ihr das geschehen aus der ego perspektive dank automatischer zielmarkierung wisst ihr immer wo eure nächste aufgabe liegt meistens ist das dann auch mit kämpfen gegen kai gegner verbunden diese agieren nicht sonderlich klug das geballer als auch die alarme die ausgelöst werden können sind aber natürlich über weite strecken zu hören und verraten dem predator ungefähr wo ihr seid ihr könnt aber ein wenig vorbeugen und ein nicht ganz so deutliches ziel abgeben zum beispiel indem ihr euch mit schlamm einreibt der eure körpertemperatur senkt auch das ist erfreulich nah am film der predator wiederum geht in der third person perspektive auf die jagd ihr bewegt euch aber nicht nur am boden sondern auch in den wipfeln der bäume ziemlich schnell und flink rennt und springt ihr hier entlang predator typisch könnt ihr euch dabei so gut wie unsichtbar machen und natürlich auch die berühmte thermal ansicht nutzen um warme körper aufzuspüren auch schall wird so durch kleine blasen sichtbar zudem habt ihr eure laser bumme auf der schulter um aus der ferne anzugreifen all das verbraucht allerdings energie die ihr nur begrenzt zur verfügung habt hinzu kommt dass manche dinge euch sichtbarer machen wie eben der einsatz der laser kanone dann sehen mitspieler nämlich das rote dreieck faden kreuz so ist nahkampf eventuell eine bessere lösung vor allem weil man hier ziemlich viel schaden macht die menschlichen spieler zu finden ist als predator eine große herausforderung während die soldaten sich als umrisse mit ihren nicknames durch die büsche hindurch sehen und immer wissen wo teamkollegen sind kann man als predator menschliche spieler von ki gegnern kaum unterscheiden mit level aufstieg werdet ihr belohnt auf jeder seite könnt ihr dann unmengen an sachen freischalten wie zum beispiel neue kampfklassen wichtig sind natürlich auch bessere waffen aber vor allem auch perks diese fähigkeiten scheinen noch viele spieler zu vergessen so kann man zum beispiel leiser werden oder weniger körperwärme abstrahlen der predator kann aber ebenfalls mit diversen boni und anderen waffen ausgestattet werden das ist alles eigentlich ziemlich cool und eben auch wunderbar nah am film vor allem wenn man als predator sich dann eine trophäe in form der wirbelsäule gönnt in den zock sessions offenbaren sich aber so einige probleme der predator ist einfach krass überpowerd sobald es zum kampf kam zwischen ihm und einem menschlichen team zogen letztere immer den kürzeren er ist zu flink kaum sichtbar kann bäume nutzen und teilt ordentlich aus zwar kann man den predator für alle kurzzeitig markieren aber dieses system ist zu penibel und müsste etwas mehr spielraum geben mehrmals passierte es meinem menschlichen team dass der predator uns das gesamte match gar nicht erst fand und wir relativ simpel mit dem heli abhauen konnten das war dann irgendwie auch recht lahm eventuell müssen leute hier aber einfach noch besser lernen die fähigkeiten des jägers einzusetzen das größte problem dass ich aber mit predator hunting grounds habe ist die technik das spiel sieht okay aus der dschungel ist erfreulich dicht und in gefechten fliegen hier auch ordentlich die laubfetzen ebenfalls wie im film das bild ist aber ziemlich grisselig am schlimmsten ist aber dass sich das spiel so hakelig anfühlt das zielen und ballern als soldat ist einfach zu ruckelig predator hunting grounds würde enorm von 60 bildern die sekunde profitieren gerade weil der predator so flink ist ist es essentiell ihn ins visier nehmen zu können das spiel steht sich hier leider selbst im wege ich finde die idee echt gut ein predator spiel so aufzuziehen vor allem weil der titel schön nah am ersten film ist wenn man durch den dschungel pirscht und das schnattern des predators ankündigt dass er in der nähe ist dann geht einem schon gut die pumpe aber wenn entwickler elphonic die technik nicht in den griff kriegt wird das nichts was ich mir länger anschauen würde denn gerade das gunplay muss hier stimmen und das ist einfach alles noch zu ruckelig und deshalb ungenau ob das die entwickler bis zum release am 24 april hinbekommen ich bin ein bisschen skeptisch ich bin so ein bisschen zwiegespalten was predator hunting grounds angeht das liegt zum einen am grundlegenden spielprinzip dieses asymmetrische einer gegen vier ich habe es jetzt noch kein spiel gefunden aus dem bereich was mich wirklich umgehauen hat und da frage ich mich ob dieses generelle spielprinzip eventuell sich vielleicht einfach nur auf dem papier gut anhört aber in der praxis einfach nicht ganz so gut funktioniert die andere sache ist einfach ja diese technischen unzulänglichkeiten und da würde ich mir wirklich wünschen dass predator hunting grounds von einem team gemacht wird das einfach ein bisschen größer ist oder ein bisschen mehr geld zur verfügung hat das wäre natürlich dann etwas ganz anderes meines erachtens weil daran scheitert es halt einfach oder man sieht halt einfach dass da viel potenzial ist dass es hier scheitern kann hoffentlich kriegen sie es noch in griff das wird sich zeigen müssen jetzt kommen wir aber zu virtual reality und zwar mit einem spiel das einen absolut außergewöhnlichen stil hat paperbeast für playstation vr wirklich hervorragend hallo herzlich willkommen verehrte zuschauer ich zocke jetzt was in vr das heißt paperbeast ich habe gerade angefangen ich bin ganz überrascht weil hier steht nicht paperbeast sondern quasar computer quantenberechnung für jedermann dein persönlicher virtueller arbeitsbereich erwartet ich ich nehme an das ist jetzt so eine spiel in spiel sache oder irgendwie sowas ich sag quasi der computer simulation das derfalls massiver sterne daten berechnung starten muss ich bin hier nur im tron computer okay gut initialisiert gut haben kaufen wollt ihr mich verarschen nein 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 wir haben die schlafen nein das ist das ist spiel bringt schon mal sehr gut auf den punkt musik app hallo auch wenn ich jetzt in der musik app als habe ich das ding gegriffen können sie so rumschleudern mit meinem controller jetzt kann ich hier die fäden so lang ziehen okay so ein bisschen trippy mich erschließt sich oder mir erschließt sich der sinn hier noch nicht so ganz schwarzen bildschirm wo bin ich jetzt gelandet die dinger das ist abgefahren und ziemlich surreal wow 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 gigantisches spinnen papier pferde fähig das ist ja cool was bist du denn okay wow teleportation wo ist jetzt das andere viehchen also das ist so ein spiel wo man eben nicht freie lokomotion hat sondern eben mit teleportation und ruckartigem drehen ja wer mich kennt der weiß dass ich sowas natürlich nicht so geil finde aber naja muss man halt mit leben ich kann das auch nicht ändern in den optionen geil das reagiert da drauf oder cool die essen das da sind noch mehr davon hat jetzt vor schiss da einen fallen lassen oh was bist du das ist ein buntes oh das bunte ist das nicht cool doch wir gehen einfach mal dahin ich rette dich so ich habe dich gerettet oh ist das am rumpeln sieht ein bisschen fertig aus aber ist okay das ist alles super strange ey super strange aber sehr cool also das art design ist fantastisch bei dem spiel ja passiert hier irgendwas ja oh ich sinke ab the fuck's going on vielleicht sollte man hier abhauen ich will nicht da rein kann ich hier hinten hin fragezeichen ja die habe ich auch gerade überm kopf was machst du großes monster hat mir den wegfall gemacht dann lass uns mal da lang das ist auch schon wieder komisch hier der boden ne hier ist eine höhle soll ich hier rein eine höhle höhle okay sperrst du mich jetzt da drin ein es wird dunkel wow wow okay ich nehme an dadurch dass du nicht so bunt bist bist du kein raubtier du bist eher nett bitte sei nett du siehst da auch wieder so ein bisschen grab doch mal hier so rum mach den weg mal frei jetzt kann ich da hingehen gut okay hier grab weiter jetzt habe ich den da so ein bisschen gelenkt ne dann macht ihr das wieder also ich kann den halt dann so greifen oh dachte ich mir schon hier cool lichtmorchel dinger da kommt jetzt irgendeine spinne ich sag's euch jetzt kommt wieder irgendwas worauf ich nicht so bock habe ich ziehe es mal näher ran durch diesen dschungel hier wow jetzt ist auf einmal fest ich gehe weiter ich habe nichts gesehen nur eine dunkle höhle tut ihr nichts jetzt raus hier es ist irgendwie schon cool das design es erinnert mich aber komischerweise auch an sowas wie das ding aus einer anderen welt da sind auch wieder so lauter komische Futter mit dem muss ich doch sicherlich auch irgendwas machen oder ne der pumpt jetzt vielleicht muss ich hier einfach diesen Damm brechen ne und dann wenn der Damm gebrochen ist so ich komme auf jeden Fall weiter habe ich das Gefühl irgendwie ist es noch nicht richtig was ich hier mache ich checke es gerade echt nicht ich stelle mich gerade glaube ich echt doof an komm jetzt habe ich es doch fast da ja I've made this also es hat etwas gedauert wir sind in der Hülle weiter jetzt mache ich mal aus dieser Hülle aber rauskommen da hinten ist ein Weg ich höre schon wieder irgendwelche Viecher ok irgendwas tobt hier immer fliegt da irgendwas durch Papier kommt runter aber ich kann hier gefühlt nichts machen hier geht es noch lang what what bist du denn ah ist ja klar boin das ist ein Lava Dings den nehmen wir natürlich mit zu dem zu dem Eisballen ja cool da haben wir weiter nach hinten mit dem Digikreuz ich finde es sehr cool also es ist super anders dieses Spiel aber es hat was es hat echt was wow wow du kleiner Scheißkäfer ha hättet ihr wohl gerne ne hättet ihr wohl gerne wow hey Distanzwaren ah bauen die da jetzt einen Weg hoch machen die da was für mich schon oder die machen das da fürs Licht weil ich komme da sonst nicht hoch so funktioniert das also man muss da wirklich mit Rätsel machen den kann ich jetzt auch nicht mehr greifen also der liegt anscheinend an der richtigen Position cool also es ist echt so ein Rätsel-Exploration-Spiel einfach wow 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 der fuck bist du ein riesen Popcorn ein Disco Popcorn what frisst du jetzt meinen Kollegen auf? ein Teleporter ein Duplikator da geht es jetzt wieder raus ich will ein bisschen Tageslicht raus aus der dunklen Höhle ich will mehr von dieser abgefahrenen Welt sehen und wir gehen raus in die Welt wow bin ich froh weil es war jetzt ganz ehrlich es war schon cool da drin aber ich finde das natürlich optisch weitaus beeindruckender ja du komisches Papierviech tschau machs gut es war schön mit dir vergiss unsere Zeit nicht ich werde mich ewig daran erinnern was ist los? why so slowly? wahnsinnig cooles Design echt wahnsinnig cool das ist schon abgefahren hier alles wow le Wachs hey was ist mit dir los? oh oh da blüht was was bist du? wow this is not a simulation the fuck was ist das denn dann? es ist super crazy oh nein das nächste grauenhafte Lied Freund oder Feind? ah Wasser sehr gut Wasser ist Leben dann wird es auch meinem großen Spinnenpferdemann wieder besser gehen ich habe ein bisschen Probleme mit dem Kontroll der springt manchmal weg kann wie gesagt es an der Position unserer Kamera liegen ist aber halt gerade nicht ganz so egal ne das ist nicht tot so hat das Auswirkungen auf den Baum das ist die Frage das ist die Frage ja okay aber an dieser Stelle komme ich jetzt mal zum Ende das müsste ich jetzt mit den anderen sicherlich auch machen ganz ehrlich ich komme jetzt zum Ende weil ich zum Ende kommen muss weil wir das irgendwann auch schneiden müssen ich finde es ziemlich cool Paper Beast ist ein super abgefahrenes Spiel ein unglaublich geiles Art Design ich finde es sehr sehr interessant weil man selber Sachen herausfindet ich kann selbst aufgrund dieses Spielprinzips das ich sehr bizarr und cool finde darüber hinwegsehen dass ich diese komische Steuerung habe wo ich mich teleportiere und so weiter und so fort ich finde es tatsächlich richtig richtig gut macht sehr viel Spaß abgefahrenes Design ja gibt es für Playstation VR wie gesagt ich würde jetzt am liebsten gerne weiter zocken ach ja Paper Beast ich kann mich noch erinnern diesen Beitrag haben wir vor geraumer Zeit sogar noch im Studio aufgezeichnet was ja so jetzt nicht mehr möglich ist weil wir eben alle Home Office verschrieben bekommen haben und deswegen gibt es diese Sendung auch wie gesagt hier aus meinem Garten ja das war es im Großen und Ganzen schon wieder mit InsertCoin vielen vielen Dank fürs Zuschauen freut mich natürlich wahnsinnig und ich würde mich noch wahnsinniger freuen wenn ihr diese Sendung teilt auf Social Media sagt den Leuten Bescheid dass sie in InsertCoin gucken sollen wir versuchen uns sehr viel Mühe zu geben jede Woche weiterhin eine Sendung für euch aus dem Boden zu stampfen auch nächste Woche dann natürlich wieder ich bedanke mich ganz ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Tag macht es gut und tschüss